Am 29. Juli wird in der Prager Stwanice das Duell zweier Champions ausgetragen. Lohsen Keita und Mati Zanikitze. Zwei Rivale, die garantiert nichts füreinander übrig haben. Schon vor Monaten hätte es zum Aufeinandertreffen der Spitzenreiter im Leicht- und Federgewicht kommen sollen. Wegen einer Verletzung von Zanikitze wurde der Kampf jedoch nach Prag verlegt. Lohsen Keita hat bei Octagon noch nie verloren. Und mittlerweile ist er ein echter Superstar. Doch genau dem will sein georgischer Kollege Zanikitze ein Ende setzen. Der amtierende Champion im Federgewicht wird seine Titel verteidigen und er will derjenige sein, der die große Blase Keita zum Platzen bringt. Sanikitze war schon vor seiner Zeit bei Octagon in ausgezeichneter Form. Seine Gefährlichkeit und Flexibilität wurden dadurch nur noch bestätigt. Er gewann viermal in Folge, wobei er abwechselnd durch Submission und K.O. siegte. Nach dem ersten Kampf im Octagon war allen sofort klar, dass hier etwas Außergewöhnliches passiert. Tolle Performance, Vierseitigkeit und vor allem ein Sieg. Vierer, Vierseitigkeit und vor allem sie, die sich die Zange hierherst. Ich habe meine Ambeizien? Ich bin Klioschi. Ich bin Klioschi. Das war hier aber auch immer als Sieg. Ich kenne die Zange. Ich bin Klioschi. Ich komme mit der Zange. Das war der größte Kampf für mich, denn es war eine Titel-Fight. Hier geht's! Oh, oh, oh! Was ist das? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Das ist unglaublich! Das war die ganze Runde. Ich habe die ganze Runde in den letzten Runden gewonnen. Ich habe die ganze Runde gewonnen. Oh, die finalen Sekunden. Und der neue Featherweight-Champion, Oktagon MMA, ist... ...Matte Sandvikitsche! Ich bin sehr gut. Ich weisst als Sule war. Ich in dieser Reihe, ich michehräte, was mit der Verte in der Verte. Und's andere, ich habe ihn nicht gewonnen. Ich meine, ich bin nicht mit der Verteidigung für die Welt. Ich war so, ich konnte nicht mit der Verteidigung sein. Und der kam noch zuerst, der sich zum Zerang wird. in front of 11,000 Menschen. Oh, mein Gott! Oh, ein nice body shot! Und er hat es hier! Für mich, Octagonal MMA ist einer der besten in Europa. Blake Bunker! A lot of shows sind immer sold-out. Wir fühlen uns wie stars. Hey! Ich war die Spieler, die Championen und Dinge, und ich dachte, ich kann diesen Mann sein. Und der neue Interim Champion, Lohsen! Blackbunker Gator! Dieser Junge hat einen schönen Zukunft. Und jetzt, Ivan Buschigang! Gib mir mein Geld, Mann! Das ist die Unifizierung für die Lightweight Championship. Aber viele glauben, dass es das perfekt ist, für diesen Mann zu shine. Oh! The right hand caught him! The left hand! The left hand! Oh my goodness! This could be it! That's it! Wow! New Landweight Champion! Lohsen! Blackbunker Gator! Ich habe ein Traum, also! Ich will sein Double Champion! 66! Ich will das Beld, also! 2! 1! 1! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 3! 3! 4! 2! 3! 3! 4! 3! 3! 4! 5! 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 11! 12! 20! Ich würde mich auf den Wegunsch abholen. Ich würde mich auf den Wegunsch abholen. Ich würde mich auf die Welt empfehlen. Ich wollte dich auf dem Weg dafür tun. Ich habe mich auf die Welt erwartet. Ich habe mich auf die Welt gesehen. Ich habe mich über die Zeit, die ich in der Welt auf die Ausfläche des Eizolator. Ich habe mich auf die Welt getan. Ich habe einen Weg auf die Welt. und ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. Matej ist nicht nur der Krieger, sondern in Octagon. Seine Mentalität ist der Warrior's. Er war für seine Familie, für seine Freiheit, für seine Lande. Meine Mutter hat das Schwierigkeiten gemacht. Ich habe das Schwierigkeiten gemacht. Ich habe das Schwierigkeiten gemacht. Er ist ein sehr guter Mensch, ein sehr guter Mann, ein sehr guter Vater. Ich versuche immer mein Bestes zu tun, und ihm etwas Unterstützung zu geben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Ziel. Ich glaube, das ist der Krieger. Ich glaube, das ist der Krieger. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr wichtiges Ziel. Ich habe das Gefühl, dass der Krieger her sein. Deswegen komme ich aber nicht und ich bin dafür, dass ich das einzigartig mache. Es war derjenige Fotoshopping und so weiter. Er kam mir raus und sagte, lass uns gehen. Und dann, er wollte mich nicht mehr fighten. Es war eine falsche Injury. Er war wirklich Angst, dass ich mit mir mit dem Kampf war. Dinge wie, ah, er ist weg. Es ist nicht cool, denn es war eine sehr, sehr grosse Injury. Wir waren nicht überrascht. Wir wussten nicht, dass er von der Kampf ausweichen würde. Die Verletzung von Champion Sanikidze eröffnete Jakub Tichota eine Chance. Der schon lange vom Oktagon-Titel träumt. Ich weiß, dass er kurzer Injury war. Aber er war im Gym, da er für einen Kampf trainiert. Er war zwei Wochen nach meinem Kampf. Er war eigentlich in großem Form. Er war auch ein Kampf. Der Mann-Titel-Kieter. Hey, Käyter hat sich den Kicke early. Er hat sich noch einen Planeten gemacht, weil ich die Drucker hatte. Ich war die Bemerkung, ich war immer so, die einzige, die er war, war Kicke. Das ist es, das ist es, Lozenkieter! New Interim Feraway Champion Octagon MMA, Black Panther, Lozenkieter! Wenn man über die Rising Stars spricht, wenn man über die größte Spieler auf dem Optagon Roster spricht, dann ist es, dass es, das ist, das ist, Lozenkieter! Wir haben die Röger und die Röger und die Röger, die sich mit den Maschinenpickern, die die Röger aus dem Spiel ist. Das ist die Röger und die Röger aus dem Spiel. Das ist die Röger und die Röger aus dem Spiel. Erstens, mein Röger ist die Röger und ich habe den 4 Räumen. Und ich habe immer noch den Fünnisch. Ich habe einen Räumen von der Nacht, und die Leute erinnert meinen Kampf. Oder mit meinem Boxing. Ich bin sehr glücklich, dass ich nur ein Boxer bin. Wir haben einen Räumen von S.A.R. und Romo Igo. Wir haben einen Räumen von S.A.R. und Romo Igo. Wir haben einen Räumen von S.A.R. und Romo Igo. Wir haben einen Räumen von S.A.R. und Romo Igo. Roberts Record Wir haben einen Räumen von S.A.R. und Romo Igo. Wir haben einen Räumen von S.A.R. und Romo Igo. Ich dachte, es wird ein einfaches Camp mit ihm sein. Aber Matej ist eine verdammt Maschine. Er ist sehr smart, sehr clever. Wenn du ihn zwei Mal mit der gleichen Technik schlägst, er wird von ihm lernen und er wird sofort verletzt. Er ist ein sehr spezieller Typ. Wir haben heute eine Tatsache. Sie sollen die Technik schlägt. Sie sind schon völlig nachher. Das ist die Technik. Er ist mit der Technik. Na 20, was ich gerade, die Leute nachher? Ich habe das Syne. Sie waren doch nicht in der 3-4alte. Ich habe meine Gemeinschaft, die mich unterstützt. Ich habe meine Gemeinschaft, die mich unterstützt, die alles für mich machen. Ich liebe es, ich liebe es. Ich bin ein Mann, der ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich liebe es mit Kindern arbeiten, weil man die Disziplinierung bekommt, und man lernt neue Leute. Ich will ihnen ihnen, was ich nicht hatte. Und manchmal braucht man nur einen Druck, und dieser Druck kann sich weiter als du denkst. Ich weiß, dass ich mit Polinen bin. Er kann mich nie auswärts. Wenn er mich hat, wird er Glück. Er ist sehr motiviert, wegen der großen Hände von Sanixi, ich denke. Sanakizzi hat vieles Gespräch. Er ist ein großer Hände, aber wenn man sieht, dass er das letzte Spiel war, es war eine split-decision. So jetzt kann ich Ihnen sagen, es wird nicht eine split-decision. Er wird nicht nach fünf Rounds gehen. Wenn er denkt, dass er nicht beendet wird, dann wird er. Er wird beendet. Er ist ein großer Hände. Jeder, der in der Hände steht, und hat diese Hände auf, kann man die Lichter aufbauen. Das ist das, was ich vorbereiten, für den Krieg. Ich vorbereiten, für jeden anderen Krieg. Aber ich bin nicht Angst, von einem Mann, wie ich hier arbeite. Ich bin nicht Angst, von niemandem. Wenn er da, in der Hände, mit Kenta wird, er wird fühlt, wie das Primative Boxing ist. Ich kann euch das zeigen. Er ist ein neuer Lion, vor mir. In meinem Kopf ist der Hund. Ich muss der Mann sein. Hallo, Biti. Einzigartige Open-Air-Atmosphäre in der Prager Stvonice. Zwei Männer, zwei Champions, aber nur ein Sieger. Ich bin in der anderen Kammer, und ich bin in der anderen Champion. Oktagonschi. Die monatelangen, gegenseitigen Anfeindungen und Hates haben ein Ende. Lausanne Keta will als zweiter Mann in zwei Gewichtsklassen gleichzeitig Oktagon-Meister werden. Ich will ihn sein. Ich will ihn sein. Ich will auch das Spiel. Ich will das Spiel. Ich will das Spiel. Ich will das Spiel. Das Spiel ist der Karriere. for both tournaments and save 8 Euros. Available now on Octagon.tv